Schau doch die Hälfte, oder? Ja. Ich sag, wenn sie da mit dem Computer nicht in Verbindung wäre mehr mit 50 Jahren, dann wäre es gut, dass ich mit dem Computer gerade ausgeheißen würde. Jetzt sind die Stricken schon mal gefahren, oder? Ja, wir sind gekommen, ja. Also jetzt hergekommen, wofür es da fehlt, oder? Also wir haben nicht gehalten, also wir haben keinen Stopp gemacht, aber wir sind schon... Das ist im Zell am See, oder? Ja. Ja, wenn es die ganze Karte gibt, dann ist es eh gleich, was fährt es, gell? Ja, schon. Was kostet dann die Karte? Also für mich waren es 187 Franken, weil ich schon über 25 Jahre bin. Also ja, durchschnittlich. Aber für drei Tage? Ah, für drei Tage? Für drei Tage, ja, ja. Das muss man sich halt früh ausnutzen. Einen Monat. Einen Monat gültig für drei Tage Freiwillen. Weiß ich. Und für ihn 114 Franken. Ja. Für ihn war der Sembring, gell? Der Sembring. Sembring? Ja. Ja. Wie geht es jetzt an den Gleisen oder so? Ja. Ich denke, wir haben hier einen Befehl mit 40 km halb. Ah, ja. Da darf ich schneller fahren. Du bist mit 40 km halb. Ja. Ja. Der hat da eine Taste. Wenn man einen Güterzug hat, oder jetzt wie da, dann gibt es die Länge da in. Ja. Wenn man da jetzt die Länge eingeben und alles ist ja. Ja. Und dann drückst du da zwei Meter. Ist genau, wenn du das abgefahren bist, fang ich dann gucken. Mal schauen. Jetzt sag mal, jetzt bin ich da über die Baustelle drüber nach. Guck mal. Ja. 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 Wenn man ganz einen langen Zug hat, mit mir, mit 600 Metern, da weiß man oft nicht genau, wenn man die Baustelle drüber geht. Ja. Ja. Das ist aber gut, oder? Ja. Ja. Das ist ein ganz anderer Perspektiv vom Zug aus. Ja. Also wenn man das jetztgado ist, mit 30 und 6 차 궁금. Ja. Ja. Ja, ich mich nicht in der illness, wir fixieren das Innenverdienteater. Ich binrüаю dran gekommen. Ja. Genau. Ich habe normalmente gar nicht mehr zu mir vor wenigen Momenten Partners. Ich kann mal rufen, welche Strecke ich jetzt habe. Ja, schon. Ich habe gerade einen 60. Da braucht man nicht mehr viel Ton bei der Luft, oder? Ja, drei Jahre habe man auch kurbeln müssen mit der 10, 20. Ja. Die neuen. Ist alles voll automatisch, oder? Ja. Dass wir jetzt noch mit der AFP fahren, dann gibt es einfach die Besitzer. Geschwindigkeitsrengabe vorschauen, aber wenn es da so Niesel oder der Regen macht, ist es oft nicht vorher so. Die Stricken könnt ihr eher aus, wenn ich darf, dann weiß ich es eher unbefährbar, wie das dazugeben ist. Sonst könntest du Automat fahren? Ja, du musst Automat fahren, ja. So hat wie die Informat da bei uns heißt. In Österreich kann man sogar ansuchen, dass man mitfahren darf. Ja. Da braucht man nur eine Vorkarte, braucht man nur ansuchen, dann kannst du überall mitfahren. Du wusstest, glaube ich, gar nichts. Nur eine gültige Vorkarte. Das ist eine schöne Linie, Albert. Ja. Das ist eine schöne Linie, Albert. Ja. Ja. Das ist eine schöne Linie, Albert. Ja. 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 Da fangen wir jetzt an 60 ein, das war grün in der Geldkast 60. Sog die Eifel. Ja. Was braucht ihr denn den? Ist das der Funk? Das ist der Funk, ja. Funk. Ja. Da gibt es jetzt auch schon in Deutschland, bei uns wäre der Sturmstilöse digital, der sucht sich dann alles sein. Ja. 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 Oder wir haben Talent drauf, da ist die FIS, die Fahrgast-Informationssystem, was das, der sucht sich, über GPS auch, der sucht sich alles, die Haltestellen, die ruft automatisch aus. Ja. Sogar. Da braucht man nichts mehr rein. Da braucht es nur mehr den Zug noch mal eingeben. Und die ruft es. Wurf es dann aus. Ja. Wahnsinn. Ich hab mich schon geführt. Sogar. Da müssen wir jetzt immer gut drauf kriegen. Ja. Ja. Da müssen wir jetzt auch noch mal rein. Da müssen wir jetzt einmal rein. Weißt du, wie wir jetzt noch mal gehen? Ja. Und dann geht es der Funk. Ja. Und dann geht es jetzt. Ja. 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 Musik Kann man überall berg oben? Hat es Schnee? Ja, ist verrückt. Ach so? Echt? Ja. Ja. Warte, gib ein bisschen vor, dass sie in Spiegel sind. Ja, pass. Er hat dort viel Schnee, Alter. Ja, Wahnsinn. Oh. Fast einen Meter. Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht. Zug wie Einfluss. Nein, ich habe es gemacht. Ja. 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 Da ist auch was, ja. Da sieht man die Lücke frei. Die Lücke ist da gebaut, ja. 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 Und die Elektronik ist Siemens, oder? Ich habe gesehen. Da haben wir sechs Tage eingeschrieben. Ja. Sechs Tage eingeschrieben. Ja. Ja. Ja, weil es alles eine ganz andere Art ist, schaue ich halt alles mit Drehstabmotoren an. Und alles und so. Man kann ja da selbstständig nichts mehr machen, wenn man sich kaputt ist. Also zeigt es Ihnen ja an, wenn etwas ist, oder? Ja, du zeigst es an. Dann gehst du da rein, unter Störung, da schau. Ist nichts in Ihnen. Da kannst du noch eingehen. Ja. Die V0, das wäre, wenn du stehst die Störung, da kannst du noch eingehen. Da ist die Forst die Störung. Ja. Dann zeigst du halt, was du machen musst. Ah ja. Ja, jetzt zeigst du alles an. Dann musst du die Schritte machen, was du anzeigst. Und wenn das da nicht ist, dann brauchst du dir einen Hilfsack. Ja. Ja. Und das ist der Schaubregler, wenn Sie die Motoren steuern? Ja. Ja, da gibst du einfach die Kilo Newton dazu. Ja. Ja, da siehst du jetzt einmal 15. Ja. Ja. Und 70 ist da Geschwindigkeit noch, was das gleich wäre. Und da ist die E-Bremse, mit der normal brauchst du nur die elektrische Bremse, wenn es trocken ist. Und da ist die Luft. So seht ihr die Luft schon. Ja. Und das ist die Zusatzbremse von der Lokomotive. Ja. 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 Jetzt kommen wir dann noch ein paar Dunkels. Das ist eine gemütliche Strecke, da braucht man die Zeit anzuholen. Wenn man 140 fährt, muss man auch noch mehr raten. Diese gemütliche Strecke anzuholen. Wie schnell fährt man sonst auf der Schnellstrecke? 160. 160? Ja. Und Wien runter fahren sie jetzt 200. Sogar? Ist das nicht schmal, das Tunnel? Ist wohl, oder? Nein, das ist so. Wir haben es früher gebaut, wo es gerade wohnt. Ist wohl jetzt. Das sieht man vom Wagen her. Das sieht man nicht so. Nein, das sieht man nicht so. Das ist unsere Knackkiste drin. Das sieht man so. Ich habe den auch nachher drinnen. Ich habe den auch nachher drinnen und nachher drinnen. Ja. Wahnsinnig vorne. Da darf nichts passieren da drinnen. Habt ihr ein bisschen Ausbau, diese Tunnel, bevor die neue Lager gekommen ist? Nein, das hat schon fast. Aber ich glaube, die neuen Wagons geht sie nicht aus, die Doppelstückwagen. Ich glaube, ich geht sie da nicht aus. Aber was machen Sie dann? Bauen Sie aus, oder? Jetzt werden Sie ein paar ausmachen. Die Strecke ist nicht so viel los da. Ja, okay, dann. Jetzt fährt alles in der Kufstau raus. Ja. Jetzt fahren wir auf und durch bei den Tunnels. Wie kommen Sie denn wieder unten? Ja, genau, es ist dunkel. Das ist genial, die Sieg zu. Die haben ein gutes Licht, die Lokomotiven in Deutschland, die haben auch so ein schlechtes Licht. Ja. Die brauchen es aber nicht aus. Du, das hat schon einen Superscheinwerfel, oder? Ja, älter. Ja, ja. Wie neu ist denn die Lok? Die ist noch nicht so alt. Die ist noch nicht so alt. Ich habe nicht die rausgekommen. Ich glaube, ich bin 2056 Jahre alt. Ja. Wie sieht die so nicht aus? Genau. Ich suche aber nicht genau, weil mir jetzt schon mal einer aufgeklärt hat. Der hat ganz genau alles gewusst. Ja. Der hat einen Kopf. Chisss. Die sind nur von der Torg. Die sind nur von der Torg. Die sind nicht nur von der Torg. Wir müssen den Torg. Wir müssen das wieder zusammen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist der gleiche Zug, ja. Da ist vorne der Steuerwagen, hinten die Lokomotive. Das hat sich auch so ein System, oder? Ja, ja. Mit Fahrzeugen auch. Ja, Hitzes und so haben auch das Auto. Hier kann man sogar von Feldsteuer abfahren, glaube. Aber es ist in Österreich noch nicht so gut gelaufen. Ich sage auch nicht so genehmigt. Und dort alleine, wenn sie es nicht will, über den Brenner. Da kann man hinten bei Flütenzucker-Lok draufgehen und ohne Lok führen. Ja. Ja. Die vor der Lokomotive ist fertig. Ah, ok, ja. Schau mal. Die Italiener sagt, bei ihm darf keiner rein, wo kein Personal drin ist. Ja. 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 Da kannst du nicht. Ja. Ich bin schön gebremst und... Traum. Du bist gut, ja? Du musst keine Rücke, nichts, oder? Ja, schon. Aber diese Töne können sie bremsen, wenn man sie anzieht. Das ist so... Die Töne? Ja. Das ist wunderbar. Ja, das ist gut. Schaut sie, du die du mal, oder? Ja, das geht ja. Was ist das? Okay, ja. Gehen wir mal ein bisschen zu Gas. Ja. Aber da gehen Sie gleich doch schon. Da fangst du gleich zu singen an, gell? Ja, genau schon. Aber da ist noch ein 70. Fahrt. Wir fahren dann einmal unter 30, weil das ist ja unter 30 jetzt so. Ja. Zählen Sie dann noch. So fällt das einmal unter 30. Ja. Das merkt man gar nicht da drauf. Ja. 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 Das ist jetzt noch ein Sieg, dass du ein Sieg hast. 90 Das ist ja auch ein Merkmaliger so, gell? 90 Da fährt sich man schon mehr, gell, wenn es im Waggon drin ist Ja, schon Da ist schon mehr Interessantional bei Grafwand, da filmen wir auch schön, ja Ja Macht's nur einmal, wenn's zu viel Geld habt, so ein Innsbruckerlob für eine Frage Dann sagst du da, da hast du 5 Euro Kaffeegeld, ob's immer jetzt gerne filmen, ob die es möglich wäre Dann hätte ich mir gespielt Ja? Ja Boah Macht's mal hier eine Frage Ja Ja Weil wieder mal in Innsbruck seid, packst du nicht mehr Ja Okay, ja Die Kuhnest bleiben ja auch stehen über den kleinen Treffen, oder? Und das, was jetzt gell ist? Bremsen? Nein, dieses E-Bremsen, ja Das ist E-Bremsen, ja E-Bremsen? Ja Jetzt mach nur die E-Bremse, ja Ah, eine elektronische Bremse? Ja 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 Bleibst du da erst ein, schau Ja, packst du keine Luft mit Die E-Bremse, die tun auch zurückspeisen ins Netz, oder? Ah, ja 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 Schau Nein Nein Ja Ich kann sie raus schneiden oder den Kuhnestern, oder? Hauptsächlich, ich habe den Ton drauf drauf Ja, bis hier auch nicht her Ja, ja Ja Heitech, Ton für digital, oder? Ja Kann ich dann voll auftreten am Fernsehen, am suppose, wie die Ton ist? Das ist ein bisschen schief, jetzt bin ich böse, jetzt bin ich da auch so weit, schau, das geht, es ist noch safe, schau. Aber habt ihr viele Probleme mit dieser Lok oder nicht? Nein, gar nichts, die hat nichts, die wie es gekommen ist, die hat nichts gehabt, gar nichts, nur mit den Radreifen haben sie da Probleme gehabt, die Radreifen, die hohe Geschwindigkeit, aber war ein Problem. Da haben sie auch ausgetauscht, da haben sie eine Ultraschallmessung gemacht, da sind sie draufgekommen, da haben sie ein bisschen Wasser. Ja, genau, das können wir auch, bei uns ist es gelb, bei uns sind es gelb. Ja, genau, das ist gelb. Ja, genau. Du kannst dich auf A-Stelle, wenn du dann aber gerade einen Sibziger, da musst du das Beich auch so mit der Sibbe-Einflussung abgesichert werden. Wie beeinflusst du? Ja, das ist bestechig. Das ist schon sicher unsere Bahn. Die Italiener hat das alles nicht. Die fahren auch noch zu zweit. Das ist sicher in Österreich. Die sind nicht mehr so weit. Die sind nicht mehr so weit. Die sind nicht mehr so weit. Dann geht's schon. Zum Schluss immer die Luft lösen, dann die E-Bremse. Vorhin steht beim Lauf, da gibt's kein Rücken. Das ist bei uns die Erfahrung, wenn du schon so lange dabei bist, gell? Ja. So, ein Bahnhof, ein Zell am See, dann fahren wir durch. Ja. Das ist so viel. Stehen. Okay. Das kann passieren. Das ist nicht so schlimm, ich kann es rausschreien. Halt gefilmt. Na, so gut hier aussieht. Ja, ja. Das ist nicht so schlimm. Das ist so schlimm. Halt drauf. Da ist ein Zug stecken geblieben, in Kitzbühel. Und der hat den hinteren Zug drauf gefahren lassen. Die haben gefilmt und haben dann gesehen, da steht ein Zug drinnen. Die Schnelle rein geklaut, was dem macht. Das ist alles so viel. Aber der hat dann den Film hergegeben geschaut. Von der Zeitung hat dann das alles hergegeben geschaut. Aber ist nicht viel passiert? Nein, gar nichts. Ah, gar nichts. Okay. Der ist 10 Meter vor dem Zug stecken geblieben. Ja. Ja. Aber wenn der das nicht auch herausgerückt hätte, den Film hätte vielleicht den Fernseher eine gebraucht. Gibt es ja dann? Ja. Ja. ашst Co 감사 Rolle? Ja. Shit. Das war's für heute.